Moin Moin. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Hier beim Treckertreffen in Geestdorf Springe Hier gleich zuerst wieder ein John Deere Lanz. Habe ich auch noch nicht gesehen. Da können wir gleich mal aufs Datenblatt gucken. Mal sehen, was das für einer genau ist. Heinrich Lanz AG Mannheim Aber wieso John Deere? Ihr könnt ja mal in die Kommentare dazu schreiben, ob ihr mehr dazu wisst. Finde ich ja echt John Deere Lanz. Baujahr 60, 50 PS, 7,3 Liter. Da steht auch nochmal das Typenschild hier. Daneben ein MAN Ackerdiesel. Finde auch kernig aus. Baujahr 60, 40 PS. Steht aber leider nicht wie viel Hubraum. Hier steht es nochmal. M-Motor. Das ist auch schon weit rumgekommen hier, ne? Also 92 fährt er zu Treckertreffen. Oder Ultramertreffen. PANOMAG BRILLIANT. 50 PS, 2,7 Liter. PANOMAG BRILLIANT. 50 PS. 2,7 Liter. 42 PS. 4 PS. 4 PS. 1,2 Liter. 1,3 Liter. Hier ist es ein alter Onimon. Das ist aber ein altes Teil. Ja. Alter, schwerer. Bauer 56, 30 PS. Ja, schöne Atmosphäre hier. Heute sieht er gut. Hier eine Blastkapelle, Blastmusik. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen, dann bis zum nächsten Mal.